Tum Qobula Rahe Khuddami Ahmadiya Khuddami Ahmadiya Auzubillahi min shaitanirajim bismillahirrahmanirrahim Im Namen Allahs des Gnädigen des Immer Barmherzigen Sehr verehrte Khuddam und Adfal Brüder Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Wie ihr wisst, findet das diesjährige Istema der Majlis Adfalul Ahmadiya Unter Majlis Khuddam alaikum wa rahmatullahi wa rahmatullahi wa barakatuhu Bereits in wenigen Tagen am 15. und 16. Juli 2017 statt Unser geliebter Imam, Hadar Misam Masrur Ahmad Khalifatul Masih der 5. Möge Allah sein Helfer sein Hat uns Brüderlichkeit als Thema für unseren Istema vorgegeben Ich möchte euch, liebe Adfal und Khuddam Brüder Herzlichst einladen, an dieser gesegneten Veranstaltung teilzunehmen sich bei den Wettbewerben zu messen und selbst zu erfahren, was wahre Brüderlichkeit zwischen den Gläubigen bedeutet. Ich hoffe, euch bereits am 14. Juli 2017 in der Nur-Moschee zum gemeinsamen Freitagsgebet und den anschliessenden Aufbauarbeitern begrüssen zu dürfen. Bitte unterstützt das Organisationskomitee mit euren Tatkraft und euren Gebeten. Möge Allah bedeuten. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt.